Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 31.500 US-Dollar. Wir hatten ein schönes Breakout. Doge ist gepumpt. Doge, Doge sag ich schon. Kommt später noch. Cardano ist gepumpt, wie blöde. Mittlerweile wieder kleine Korrektur. Was ist passiert? Schauen wir uns jetzt alles ganz in Ruhe an. Bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke. Ansonsten gibt es von meiner Seite nicht mehr viel zu sagen. Wie gesagt, momentan 31.500 US-Dollar. Wir hatten nochmal einen schönen Pump, nachdem wir gestern eigentlich schon deutlich im überkauften Bereich angelangt sind auf den 1-Stunden-Chart. Hatten wir heute Nacht nochmal einen Pump bis auf ungefähr 32.200 US-Dollar. Momentan sieht es eigentlich ganz gut aus, sag ich mal. Wir hatten schön zwei Wellen. Trotzdem gefällt mir der Pump immer noch nicht so wirklich. Also wir sind aus unserer Range ausgebrochen. Nummer 1 ist auf jeden Fall schon mal sehr wichtig. Wir schauen uns mal ganz kurz die 4-Stunden-Candles an, wie die so aussehen. Das sehen wir ganz gut. Diese Pumps, ein Retest mindestens dieser Range bei ungefähr 30.400 US-Dollar. Wäre meines Erachtens ein Muss vorher. Jetzt bin ich schon wieder in 4-Stunden-Chart. Ich hätte einfach im 1-Stunden-Chart bleiben sollen. Vorher ist es aber wichtig, glaube ich, dass wir diesen Pump hier oben nochmal auffüllen. Zumindest hier nochmal einen kleinen Wig reinsehen. Um zumindest die Liquidität hier oben rauszunehmen. Um die, sag ich mal, Long-Position, die ihren Stop-Loss oder beziehungsweise, ja, da oben hin haben. Beziehungsweise die Shorts, nicht die Longs. Alter, ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Die Shorts, die hier oben ihren Stop-Loss reingehauen haben, kurz liquidieren. Um dann vielleicht wirklich nochmal einen Reversal unten in den Bereich bis 29.000 US-Dollar zu sehen. Das ist weiterhin so der Weg, den ich momentan einschlage. Ich habe momentan keine Position mehr offen irgendwie bei Bitcoin oder sonstiges. Ich werde mir aber überlegen, sollten wir hier nochmal diesen Wig hier drüben nochmal antesten, beziehungsweise füllen. Werde ich überlegen, hier nochmal eine kleine Short-Position bei ungefähr 32.000 US-Dollar reinzuklatschen. Mit einem engen Stop-Loss, vielleicht 32.500, damit wir dieses Hoch hier drüben noch rausnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr seht, dieses Hoch hier drüben. Dass wir das noch ein bisschen abgegrast haben. Ein enger Stop-Loss einfach. Und dann gucken, dass wir den Short bis hier unten zumindest mitnehmen können. Ich sage mal, bis ungefähr 30k. und unten dann eine neue Long-Position im Bereich der 29.000 US-Dollar aufmachen. Das ist so momentan der Plan, den ich sehe. Ansonsten sollten wir das abarbeiten. Gehen wir mal ein bisschen höher in die Timeframes. Nehmen uns dazu nochmal das kleine FIP-Level dazu. Einfach von unserem letzten Höchstpunkt, sage ich mal, bis zur Korrektur. Und dann wären wir einfach wieder bei den 34.000 bis 35.000 US-Dollar. Das ist die Range, die ich dann erwarte, sollten wir hier runtergehen und dann pump sehen. Das ist dann auf jeden Fall das letzte Take-Profit-Level, welches wir erreichen sollten. Ansonsten trotzdem, ich bin weiterhin eher noch ein bisschen bearish eingestimmt. Heißt, 24, 25k möchte ich nicht ausschließen. Heißt aber nicht, dass wir hier zuerst runtergehen. Kurz die Liquidität hier oben holen. Einfach um den ganzen Markt wieder bullisch zu holen. Wir haben hier auch noch einige Voids liegen. Von mir aus können wir auch bis 40k runter, hoch und dann nochmal diese Korrektur sehen. Also ich möchte hier ausschließen, die ganzen Spot-Käufe laufen weiterhin. Ich habe mittlerweile AVAX gekauft, Cardano habe ich nochmal ein bisschen nachgelegt, XRP habe ich nachgelegt. Trotzdem warte ich immer noch so mit größeren Käufen, was die Altcoins anbelangt. Sollten wir jetzt schon den Zug abgefahren haben, dann ist es so, dann ist es mein Problem oder das Problem, mit dem ich klarkommen muss. Aber trotzdem, ich bleibe bei meiner Grundeinstellung trotzdem, dass wir weiterhin nochmal tiefere Kurse sehen können. Und ich noch nicht so auf diesen Pfad aufspringen. Des Weiteren, US-Börsen haben jetzt das erste Mal wieder aufgemacht nach dem verlängerten Wochenende. Müssen wir auch noch im Blick behalten, dass wir den CME-Gap bei ungefähr 28.800 US-Dollar haben. Heißt natürlich, wir könnten gestern einen schönen False-Move-Monday gesehen haben. Heißt, wir pumpen hier nach oben, hatten wir schön. Bringen jeden in eine Long-Position, um jetzt vielleicht ein bisschen hier noch zu konsolidieren. Um dann wirklich diesen Move wieder aufzusaugen, das CME-Gap zu füllen. Um dann vielleicht nachhaltig wirklich auf die 34.000, 35.000 US-Dollar zu kommen. Das ist so jetzt der Plan, den ich momentan verfolge. Ihr seht, den RSI war im 1-Stunden- und auch im 4-Stunden-Chart. Schauen wir uns das mal an. Deutlich übergekauft. Auch jetzt immer noch deutlich übergekauft. Auf den 1-Stunden geht es mittlerweile wieder. Aber auf den 4-Stunden sind wir eindeutig übergekauft. Deswegen vorsichtig sein, jetzt noch irgendwelche Long-Positionen zu eröffnen. Lasst euch nicht rackt. Ansonsten 200, SMA 200, EMA. Seht ihr hier ganz gut auf dem 4-Stunden-Chart. Wichtige, wichtige Widerstände, die wir mit so einem RSI nicht durchbrechen sollten. Beziehungsweise auch nicht bestätigen sollten, weil dann das Risiko noch mal höher ist, dass wir hier eine deutlichere Korrektur nach unten hin noch mal sehen können. Deswegen lieber jetzt, kleiner Schwupp so nach unten. 29k in diesem Bereich hier unten werde ich mir langsam eine Position dann aufbauen, um dann mit Schmackes nach oben hin durchzurennen. So, soviel dazu. Ethereum, relativ gleiches Spiel, wobei Ethereum meines Erachtens immer noch nicht so wirklich bullisch aussieht. Ich bleibe hier bei dieser Prognose. Die ziehen wir jetzt einfach mal rüber. Hat bis jetzt immer gut geklappt, wenn man das einfach mal wieder ein bisschen weiter rüberzieht. Dass wir hier auch noch mal in diesem Bereich unten 1.800 US-Dollar sehen könnten. Auch die 4-Stunden-Jemer-Ribbons sind jetzt hier oder werden jetzt die nächsten Stunden bullish flippen. Trotzdem RSI deutlich übergekauft. Auch hier kleine Korrektur, zumindest in diesem Bereich von 1.800 US-Dollar. Würde auf jeden Fall nicht schaden. Wir würden damit vielleicht sogar einen neuen Trend einfach starten. Oder den ersten Trend seit langem. Wir waren ja in einem krassen Downtrend. Bei Ethereum sind wir es auch weiterhin. Wir haben hier noch kein höheres hochgebildet. Das sieht man hier ganz gut. Also die Lows sind noch nicht abgeholt worden. Das heißt, wir müssen mindestens mal die 2.084 US-Dollar besser werden. Sogar hier die 2.165 US-Dollar brechen. Damit wir hier wirklich mal einen Trendbruch sehen vom Bearischen ins Bullische. Deswegen Downtrend weiter intakt. Trotzdem könnten wir dann hier unten bei 1.800 US-Dollar das erste höhere Tief zumindest mal bilden, bevor wir dann wirklich ans höhere hochgehen. Das sind jetzt so momentan die Sachen, die ich im Blick habe. Bei Bitcoin, Ethereum, Cardano. Gerade schon erwähnt, elendig gepumpt. Short-Position deutlich im Plus. Profite mittlerweile 50% rausgenommen und jetzt läuft er auf Entry. Weiß ich nicht, was da los war. Wobei jetzt im Nachhinein vielleicht sogar ein bisschen dumm von mir gewesen. Sieht man hier ganz gut. Wir hätten hier wieder ein schönes Adam & Eve. Wobei so schön ist es halt auch nicht. Also die Rundung bin ich jetzt ehrlich gesagt kein Fan davon. Da hätten wir hier schon eine schöne Bestätigung sehen müssen oder einen schöneren Boden. Kann man nicht vergleichen. Trotzdem erstmal ein schönes Breakout gehabt mit ordentlich Volumen. Aber ich traue diesem Move nicht. Solche Moves werden früher oder später gerne aufgefüllt. Heißt für mich, okay, wir könnten hier auf jeden Fall nochmal einen 22% Dump erleben. Würde auch mit Bitcoin einfach zusammenpassen. Sollten wir hier wirklich nochmal die 24, 25% äh, die 24, 25k nochmal sehen. Dann ist das hier ein Level, wo ich sagen würde, okay, Cardano hier endlich mal am Boden bilden. Höheres Tief würde es zumindest mal vorzeitig bedeuten. Und dann einen schönen Abtrend bilden. So, soviel dazu. Short läuft auf jeden Fall weiter. Trotzdem jetzt noch in den Short reingehen würde ich einfach keinen empfehlen. Ich würde jetzt aber auch hier noch keine Long-Positionen eröffnen. Schaut euch den RSI an. Der war mittlerweile kurzzeitig auf dem 4-Stunden-Shot bei 90. Wir sind noch nicht mal unter 70 mittlerweile gefallen. Das heißt, Abwärtspotenzial ist noch da. Trotzdem, wenn ihr hier Short-Positionen eröffnet, müsst ihr damit rechnen, okay, euren Stop-Loss hier über 0,69 US-Dollar zu legen. Gut. Soviel dazu. Schauen wir uns XRP an. XRP ein bisschen interessanter meines Erachtens momentan. Wir haben den Downtrend durchbrochen. Haben zumindest kurzfristig ein höheres Hoch gebildet. Trotzdem für mich Long-Positionen noch nicht ausreichend, sage ich mal. Für mich ist dieser Bereich hier unten bei 0,39. Das ist der Bereich, wo ich sagen würde, okay, hier würde ich eine Position aufmachen langsam dann mal. Jetzt momentan bin ich einfach noch nicht davon überzeugt. Also müssen wir noch ein bisschen abwarten. Mir ist das Ganze jetzt schon wieder ein bisschen zu bullisch nach dem Montag, wo alles geschlossen hatte. Nochmal einen Zug obendrauf gesetzt oder nochmal einen Push obendrauf gesetzt. Ist für mich alles noch ein bisschen suspekt. Auch vom Volumen, Breakout-Volumen. Guckt euch mal das Volumen hier an, was wir mit dieser Candle hatten und jetzt dieses Breakout-Volumen. Kann man wirklich nicht vergleichen. Deswegen immer noch ein bisschen mit Vorsicht. Ich gehe weiter hier eher momentan den Weg DCA. Ein bisschen Spot weiterhin, ein paar Altcoins nachkaufen. Sonst Trading momentan wirklich nur BTC. Wenn dann mal so ein Short wie bei Cardano entsteht, dann kann man den gerne mitnehmen. Aber ansonsten Seitenlinie aufpassen. Gut. Soviel zu den Charts. Schauen wir uns doch ganz kurz die News an. Elon Musk, Dogecoin als Zahlungsmittel schon bald bei SpaceX möglich. Wer es braucht, ganz ehrlich. Kauft euch Doge. Für ein bisschen Diversifikation. Aber ganz ehrlich, ja, keine Ahnung. Vielleicht wird es wirklich mal das Zahlungsmittel auf dem Mars. Wer Bock hat, Artikel. Link unten in der Videobeschreibung. Schicke ich euch später noch in die Telegram-Gruppe. Schaut da auf jeden Fall auch vorbei. Link auch unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns auf jeden Fall. Ja, morgen weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe, ein Video zu drehen. Ich habe morgen noch geschäftlich ein paar Termine. Ansonsten hören wir uns spätestens am Donnerstag morgen wieder. Stream fällt diese Woche leider aus. Vielleicht morgen Abend. Vielleicht machen wir morgen Abend einfach einen kurzen Livestream. Können wir eigentlich auch machen. Entscheide ich morgen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns auf jeden Fall entweder morgen oder am Donnerstag spätestens wieder. Ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Tag, wenn irgendwelche Sachen sind. Unten in der Telegram-Gruppe beitreten. Lasst ein Video, like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns morgen wieder und wie immer. Ciao, ciao. Stay crypto. Stay crypto.